Ich denke, ich habe den Job aufgrund meiner Arbeitserfahrung in der letzten Dekade in verschiedensten Funktionsbereichen gesammelt habe. Des Weiteren wird auch mein Studium der Wirtschaftsformatik eine Rolle gespielt haben. Ich bin intrinsisch hoch motiviert und schaue mich vor nichts. Ich denke, dass das Gesamtpaket gepasst hat. Einerseits der Studienfortschritt, den ich natürlich schon vorweisen konnte und andererseits auch, dass ich als Person einfach in das Team reingepasst habe. Ich glaube, ich habe den Job bei der Liebest erhalten, weil meine vorherigen Erfahrungen aus meinen bisherigen beruflichen Aufgaben genau gepasst haben. Bei der Liebest wird vor allem auf Social Skills Wert gelegt. Ich habe vorher schon Projektleitung übernehmen dürfen in einem meiner vorherigen Job. Ich denke, dass man mit einer technischen FH- oder Uni-Ausbildung sehr gute Chancen hat, aber auch HTL-Absolventinnen und Absolventen mit Berufserfahrung sind herzlich willkommen. Auf jeden Fall sollte man kommunikativ sein und natürlich auch lustig sein. Von Vorteil für eine Bewerbung bei Liebest ist es auf jeden Fall, wenn man sehr viele persönliche Züge mit sich bringt. Ein fachliches Wissen kann man sich in der Firma auch immer sehr gut aneignen, aber Social Skills werden hier groß geschrieben. Vielen Dank. Vielen Dank.